Heute beginnt mal ein Wolvik-Test, denn ich möchte mehr Wasser trinken, weil es gesünder ist. Jeden Tag eine Flasche Wolvik, 14 Tage lang. Läuft richtig gut und Wolvik schmeckt immer frisch, sogar ungekühlt. Durch Vulkangestein gefiltert erhält Wolvik seine spezifische Mineralisierung. So tanken sie natürlich ihre Wasserreserven auf. Seit zwei Wochen trinke ich jetzt mehr Wasser und fühle mich richtig gut. Probieren Sie es selbst, es läuft besser als denken. Mit Wolvik, Infos und Gewinne auf wolvik.de Danke. Das Boot des deutschen Seglers, ein etwa 15 Meter langer, hochseetauglicher Kajütkreuzer, ist nach der Kollision mit dem Fangschiff sofort gesungen. 48,90 bitte. Scheiße. Tut mir leid, ich kann dem einfach nicht klar. Ich kann es einfach nicht, ey. Ich glaube, es ist vielleicht besser, wir sehen uns nicht mehr. Was? Auch wenn ich dich noch so mag, es bringt ja mal nichts, es führt nirgendswohin. Ey. Wieso muss mich auch niemand verlieben, der 20 Jahre alt ist und Kinder hat und verheiratet. Scheiße. Oh Mann. Ich mag dich echt. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Wie ist das denn? Hallo? Ich dachte, dass Sie gekommen sind. Wenn ich messen kann, ich mache schon ein Buch. Ich bin hier im Werkzeugkasten, um uns zu helfen. Ich glaube, dass ich in der Welt verbrochen werde. Ich habe noch nie so einen Großen gesehen. Hallo? Was ich kann für Sie tun? Ich bräuchte eine Information, Professor Mario Belanco. Was wollen Sie von mir? Ich verkaufe nur noch Gemüse. Das ist aber keine Gurke, die Sie da in Ihrer Hand haben. Das ist eine Glock 17c Kaliber 99 Schuss oder fallen lassen! Ach, verdammt! Die zwei Wochen sind vorbei und ich fühle mich richtig gut. Irgendwie anders. Wacher, frischer, insgesamt fitter. Ich hab nicht gelassen. Wir wissen, dass ich zum Beispiel ein bisschen gut gemacht habe. Oder wenn man es nicht gutformt ist. Ich hab nicht gelassen. Ich habe nicht gelassen. Ich hab nicht gelassen. Ich hab nicht gelassen. Ich hab nicht gelassen. Vielen Dank.